Was war die deutschen Kommunisten? Das war eine junge Gründung, die zu Beginn der Weimarer Republik an Bedeutung gewann und die von Anfang an sehr stark auf den Rückhalt aus Moskau angewiesen war. Deshalb sahen die deutschen Kommunisten, sie sahen gewissermaßen Russland als das Mutterland der Revolution. Und die Oktoberrevolution hat diese Leute zutiefst beeindruckt, weil man an Beispiel der Oktoberrevolution sehen konnte, dass eine entschlossene Gruppe ein ganzes Regime aus den Angeln heben konnte. Und das hatte zuvor noch niemand gemacht. Die Oktoberrevolution war in dieser Hinsicht keine Massenbewegung, sondern sie war das Ergebnis einer Revolte, die von einer entschlossenen Truppe vollzogen wurde und das größte Land der Erde ihren Willen aufzwang. Und das hat Kommunisten überall beeindruckt, aber am meisten glaube ich in Deutschland.